Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Folge 3 Langsamer Tod Dienstag, 9. Juli Die Wüste war anders. Es verging kein Tag, an dem Laurie diese Feststellung nicht traf. Unter sengender Sonne und bei 43 Grad war sie nach Feierabend kurz einkaufen gegangen und als sie mit einem vollen Einkaufswagen hinter den Kassen stand, war es draußen nachts schwarz und goss wie aus Kübeln. Allerdings dauerte das Spektakel mit Blitz und Donner nur zehn Minuten, bevor es sich wieder abschwächte und im Handumdrehen auflöste. Die Sonne brauchte danach nicht lang, um den Asphalt zu trocknen, und als Laurie zu Hause eintraf, war es dort nicht mal mehr richtig feucht. Sie dankte ihrer Klimaanlage jeden Tag. Zwar kannte sie aus Baltimore auch heiße Sommer, aber in Phoenix war es an über 100 Tagen im Jahr heißer als 38 Grad. Die Wohnhäuser in Phoenix waren meist einstöckig, als würden sie sich am Boden vor der extremen Hitze verstecken wollen. In Willow, wo sie vorerst noch zur Miete wohnte, wuchsen wenigstens ein paar Bäume, aber das meiste, was sie bislang von ihrer neuen Heimat gesehen hatte, war sandig und staubig. Eigentlich mochte sie es, aber zu viel davon wirkte trostlos. Im Vergleich zu Maryland mit seinen grünen Wäldern war es ein extremer Kontrast. Gerade saß Laurie im Schneidersitz auf ihrem Sofa und ignorierte die an der Wand entlang gestapelten Kartons, während sie gemütlich ihren Burrito aß und dazu eine Folge Better Call Saul schaute. Die Serie spielte in Albuquerque, New Mexico, und damit gar nicht so weit von ihrem neuen Zuhause entfernt. Dort sah es auch nicht wirklich anders aus. Sie hatte keine Lust auszupacken. Irgendwie fühlte sie sich gelähmt, wenn sie nur daran dachte. Die einzigen Gegenstände, die sie sofort hingestellt hatte, waren zwei Bilderrahmen neben ihrem Fernseher. Der eine beinhaltete das Foto mit ihrer Schwester Samantha, das andere Bild zeigte sie zusammen mit Liam. An die beiden zu denken war ihr wichtig, auch wenn es entsetzlich schmerzte. Sie musste jedoch zu ihrer Überraschung feststellen, dass der Tapetenwechsel ihr dabei half, besser mit Liams Tod klarzukommen. Zwar hatte sie ihn sehr gemocht und letztlich war er gestorben, als er versucht hatte, ihr zu helfen. Dennoch hatte sie ihn ja nicht lange gekannt und der ganze Umzugsstress hatte ihr kaum Zeit gelassen zu trauern. Anders lagen die Dinge bei Samantha. Agent Morrissey hatte Laurie zwei Tage vor ihrem Umzug nach Phoenix mitgeteilt, dass man Sam um ein Haar gefunden hätte. Die Ermittler hatten Lesters Kreditkarte überwacht, mit der er ein einziges Mal in Columbus, Ohio, eine größere Menge Bargeld abgehoben hatte. Man hatte noch versucht, ihn zu finden, aber es war nicht gelungen. Auf den Überwachungsaufnahmen vom Geldautomaten war im Hintergrund Sam zu sehen gewesen, aber danach verliefen alle Spuren im Sande. In diesem Moment hatte Laurie kurz überlegt, den ganzen Umzug abzublasen und in Baltimore zu bleiben, zu Hause, wo Sam sie finden könnte. Doch der FBI-Agent hatte ihr versprochen, ihre Schwester so lange zu suchen, bis er sie gefunden hatte und sie dann sicher zu Laurie zu bringen, egal wo das sein würde. Daraufhin hatte Laurie's Entscheidung festgestanden. Sie würde den Umzug nach Phoenix durchziehen. Das war jetzt fast zwei Wochen her und bislang gab es keine neue Spur von Sam. Tatsächlich quälte sie das inzwischen weitaus mehr als der Gedanke an Liams Tod, denn daran konnte sie nichts mehr ändern. Liam war beerdigt und nicht mehr da. Sam und ihr Entführer, David Lester, waren jedoch irgendwo auf der Flucht. Es war für Laurie fast nicht zu ertragen, sich das vorzustellen. Lester hatte Sam schon elf Jahre ihres Lebens geraubt und obwohl sie ihn fast geschnappt hatten, war es ihm gelungen, mit Sam zu verschwenden. Das war so falsch. Das durfte einfach nicht sein. Das FBI ermittelte unter Hochdruck. Sie hatten zahlreiche Hinweise auf Sam und Lester erhalten, nachdem man Fotos der beiden in mehreren Bundesstaaten im Fernsehen gezeigt hatte. Von Sam war es nur ein unscharfes Standbild aus dem jahrealten Video, aber das von Lester war besser. Trotzdem half das überhaupt nicht. Sie hatten bis jetzt keine Ahnung, wohin Lester mit Sam verschwunden war und wo sie sich nun aufhielten. Der bloße Gedanke daran, dass vielleicht eine wertvolle Chance unwiederbringlich vertan war, schnürte Laurie die Luft ab. Das durfte nicht sein. Ihre Schwester musste endlich wieder freikommen. Maurice hatte sie zuletzt am Freitag nach der Arbeit angerufen und sie über den aktuellen Stand in Sams Fall informiert. Sie waren immer noch damit beschäftigt, Hinweise auszuwerten und es kamen immer noch neue rein. Er hatte ihr gesagt, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben sollte. Laurie hätte am liebsten geschrien, denn sie wusste nur zu gut, wie quälend Hoffnung sein konnte. Wenigstens war Jake ihr eine große Stütze und hatte immer ein offenes Ohr für sie. Tatsächlich war er der Hauptgrund dafür, dass sie es nicht bereute, nun in der Wüste Arizonas zwischen unzähligen Umzugskartons zu sitzen. Das Phoenix Police Department hatte sie freundlich willkommen geheißen. Die Kollegen waren sympathisch und das Arbeitsumfeld sehr angenehm. Aber das Beste für Laurie war, endlich wieder mit Jake zusammenarbeiten zu können. Bei der Polizei. Nun wollte sie erst einmal in Ruhe ankommen und sich an alles gewöhnen, denn es gab genug, dass sie ihr den Start erschweren wollte. Vor dem Abflug hatte sie versucht, ihre Mutter anzurufen, um ihr mitzuteilen, dass sie Baltimore verließ. Jedoch vergebens. Laurie hatte ihr schließlich auf die Mailbox gesprochen und zusätzlich noch eine Mail geschrieben. Eine Antwort hatte sie bis heute nicht. Auch das bestätigte sie darin, dass es richtig gewesen war, wegzugehen. Ihr altes Leben wollte sie gar nicht festhalten, aber ein neues eröffnete ihr vielleicht ganz neue Möglichkeiten. Mittwoch, 10. Juli. Die Temperaturanzeige in Laurie's Auto zeigte schon morgens um kurz nach 8. 30 Grad. Das war etwas, woran sie sich wirklich noch gewöhnen musste. Nicht einmal nachts kühlte es wirklich ab. Die Klimaanlage in ihrem Auto lief auf Hochtouren, während sie die wenigen Meilen bis zum Police Department hinter sich brachte. Sie freute sich jetzt schon wieder auf das unerträglich heiße Auto, wenn sie Feierabend machte. Denn der Parkplatz neben dem Department war den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt. Das Department selbst war aus naheliegenden Gründen ein schmuckloser Betonklotz, fast ohne jegliche Fenster. Was zuerst befremdlich auf Laurie gewirkt hatte, aber sie hatte sich schnell daran gewöhnt. Sie beeilte sich in das Gebäude zu kommen, um der Hitze zu entfliehen. Auf dem Flur vor ihrem Büro herrschte schon Hochbetrieb, was eher ungewöhnlich für die Uhrzeit war. Ihre Kollegen standen fast alle zusammen. Alle wirkten angespannt. Jake schien auch gerade erst eingetroffen zu sein. Er trug noch seinen Rucksack über einer Schulter und gab Laurie einen Wink, als er sie bemerkte. Was ist los? raunte sie ihm leise zu. Doch noch bevor er antworten konnte, erhob ihre Vorgesetzte, Captain Mary Ann Walters, die Stimme und beraumte ein Meeting für neun Uhr an. Jake gab Laurie mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass sie ihm folgen sollte, und beide gingen zu ihren Schreibtischen. Am Lake Pleasant wurden gestern Abend Leichenteile gefunden, berichtete Jake, während er seinen Rucksack abstellte. Die Spurensicherung ist wohl immer noch draußen. Sie haben bis jetzt die Knochen von mindestens sechs Menschen entdeckt. Ungläubig sah Laurie ihn an. Und das wissen die schon? Ja. Ein Wanderer wollte abseits der Wege und Campingplätze in den Hügeln übernachten und hat dort Teile von menschlichen Skeletten gefunden. Die Leichenspürhunde haben dann noch im Dunkeln weitere Leichenteile gefunden. Oh, das kommt hier wohl auch nicht so oft vor, was? M-m, vermutlich nicht. Auf jeden Fall soll jetzt eine Taskforce gebildet werden. Deshalb gleich das Meeting. Das sollten wir uns anhören. Unbedingt. Das könnte eine tolle Chance für uns sein. Der Käpt'n weiß ja auch, dass wir viele Kenntnisse mitbringen, sagte Laurie. Käpt'n Walters war eine erfahrene Polizistin Anfang 50, die seit einer Zeit dabei war, in der Frauen es noch schwerer bei der Polizei gehabt hatten. Dementsprechend hatte sie genug Haare auf den Zähnen, um sich durchzubeißen, aber sie verfügte auch über genügend Kompetenz. Laurie schätzte ihre Vorgesetzte sehr. Mal was ganz anderes, hm? Was machst du am Wochenende? Erkundigte Jake sich. Ich habe noch nichts vor. Auspacken, höchstens. Sollen wir am Samstag was gemeinsam unternehmen? Gern, sagte Laurie, die es nicht wagte, in diesem Moment zu Jake zu blicken. Sie hatte das Gefühl, er hätte ihr sofort angesehen, wie sie empfand. Du weißt, dass du dich immer melden kannst, wenn du mal Gesellschaft brauchst, schob Jake hinterher. Nun schenkte Laurie ihm ein Lächeln. Ich weiß. Danke. Danke.